So, was haben wir denn da für Artikel? Das sind Acrylperlen in einer konisch zulaufenden Form und wenn ihr die fädelt, verwendet doch einfach mal beide. Transparent und matt und fädelt die gegeneinander. So könnt ihr einen ganz tollen Effekt erzielen, der absolut Begeisterung auslöst. Im Onlineshop bastelposten.de bestellbar unter der 7833, die klare Version, also transparent, oder unter der Nummer 7834, diese mattweiße oder ich nenne das gerne eismattfarbigen Perlen. Gibt es übrigens auch in anderen Größen, Formen und auch Farben, also zum Beispiel auch in schwarzglänzend und schwarzmatt. Schaut im Onlineshop vorbei.